Juckende Kopfhaut, vielleicht bist du sogar die Ursache. Das, was passiert, ist, dass deine Haut extrem trocken ist und deswegen fängt sie an zu jucken, weil sie eigentlich Feuchtigkeit und Fett benötigt. Learning Nummer 1, wenn die Haut sehr trocken ist, dann auf das richtige Haarshampoo achten. Eine zweite Alternative ist, dass deine Kopfhaut überbesiedelt ist mit dem Hefepilz und deswegen kann es ebenfalls zu Juckreiz kommen. Nächstes Learning, wenn deine Kopfhaut also eher fettig ist und Schuppen vorhanden sind, dann verwende Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Ketokonazol. Das reduziert die Besiedlung mit dem Hefepilz.